Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Mein Name ist Leroy und wir kommen wieder in die lustige Experimente Werkstatt. Heute werde ich einen Schleim aus Klebe, Glitzer und Neon Acrylfarbe machen. Bis gleich. Also jetzt fangen wir an mit blauer Acrylfarbe. Vorher habe ich auch schon ein bisschen rum experimentiert. Jetzt mache ich mal blauen Glitzer rein. Jetzt mache ich Klebe rein. Das sollte erstmal reichen. So, jetzt nehmen wir einmal Natron. Das ist dieses weiße Pulver. Davon schütten wir nur einen kleinen Löffel rein. Dann nehme ich ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit, aber erstmal riechen. Und zu gucken, ob da noch Glitzer fehlt. Ja, da fehlt noch Glitzer. Und ein bisschen Pink fehlt auch noch. Pink ist eine schöne Farbe, finde ich. Jetzt kommt Kontaktlinsenflüssigkeit rein. Und jetzt mischen. Guckt mal, wie der Schleim schon wird. Das macht sehr, sehr Spaß. Und das ist anstrengend zu rühren. Und der Schleim ist jetzt, glaube ich, auch schon fertig. Der hat sich direkt von den Wänden gelöst. Guckt mal, das ist ein perfekter Schleim. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Und drückt auf den Abo-Button und den Like-Button. Tschüss.